Der Narr liest Jenseits der Mauer des Schlafes Ich habe mir oftmals die Frage gestellt, ob die Mehrheit der Menschen je innehält, um über die gelegentlich titanische Bedeutsamkeit von Träumen und über die finstere Welt, der sie angehören, nachzusinnen. Wenngleich die überwiegende Zahl unserer nächtlichen Gesichte vielleicht nicht mehr ist als das schwache und fantastische Spiegelbild unserer Erfahrungen während des Wachens, im Gegensatz zu Freud mit seinem kindischen Symbolismus, so gibt es doch einen gewissen Rest, dessen unweltliches und ätherisches Wesen keine gewöhnliche Deutung erlaubt und dessen auf unbestimmte Weise beunruhigende Auswirkungen womöglich auf einen winzigen Blick in eine sphäre geistigen Daseins hinweisen, die nicht weniger wichtig als das körperliche Leben und doch von diesem durch eine so gut wie undurchdringliche Barriere abgeschieden ist. Aufgrund meiner Erfahrungen kann ich nicht bezweifeln, dass der Mensch, wenn er das irdische Bewusstsein verloren hat, tatsächlich in einem anderen, körperlosen Leben verweilt, das gänzlich anderer Natur als das uns vertraute Leben ist und wovon nach dem Erwachen nur die schwächsten und undeutlichsten Erinnerungen bleiben. Aus jenen verschwommenen und bruchstückhaften Erinnerungen vermögen wir vieles zu folgern, doch nur wenig zu beweisen. Wir können vermuten, dass in Träumen das Leben, die Materie und die Lebenskraft, wie die Welt sie kennt, nicht notwendigerweise gleichbleibend sind und dass Zeit und Raum nicht so existieren, wie unser Wachbewusstsein sie begreift. Manchmal glaube ich, dass jenes weniger stoffliche Leben unser wahres Leben ist und dass unser nichtiges Dasein auf dieser wasserbedeckten Kugel selbst nur ein zweitrangiges oder bloß virtuelles Phänomen darstellt. Aus einer jugendlichen Träumerei voller Mutmaßungen dieser Art wurde ich eines Nachmittags im Winter 1900, 1901 herausgerissen, als in die staatliche Nervenheilanstalt, in der ich als Assistenzarzt arbeitete, jener Mann eingeliefert wurde, dessen Fall mich seither so unablässig verfolgt. Sein Name war, wie ich in den Unterlagen entnahm, Joe Slater oder Sledder, und seine äußere Erscheinung entsprach der eines typischen Bewohners der Catskill Mountains, eines jener merkwürdigen abstoßenden Nachkommen eines geschlechtsprimitiver Bauern der Kolonialzeit, deren fast 300 Jahre währende Isolation in den bergigen Zufluchtsorten einer wenig bereisten Landschaft sie in barbarische Degeneration herabsinken ließ, anstatt sich so weiterzuentwickeln wie ihre vom Glück begünstigteren Brüder der dicht besiedelten Gebiete. Bei jenem sonderbaren Volk, das den entarteten Elementen des »weißen Abschaums« der Südstaaten genau entspricht, sind Gesetz und Moral nicht existent. Ihr allgemeines geistiges Niveau liegt vermutlich unterhalb dem jedes anderen Bevölkerungsanteils gebürtiger Amerikaner. Joe Slater, der in der wachsamen Obhut von vier Staatspolizisten in die Anstalt kam und als höchst gefährlicher Charakter beschrieben wurde, zeigte keinerlei Anzeichen seiner bedrohlichen Veranlagung, als ich ihn das erste Mal erblickte. Ob schon er von mehr als mittlerer Größe und von recht kräftigem Körperbau war, verlieh ihm das fahle, schläfrige Blau seiner kleinen, wässrigen Augen, die Dürftigkeit seines ungepflegten, nie gestutzten gelben Bartwuchses und das matte Herunterhängen seiner schweren Unterlippe den absurden Anschein harmloser Dummheit. Sein Alter war unbekannt, da es in seinen Kreisen weder Familiendokumente noch dauerhafte Familienbande gibt, doch aufgrund der Kahlheit seiner Stirn und des schlechten Zustandes seiner Zähne schätzte der Oberarzt ihn auf ungefähr vierzig Jahre. Aus den medizinischen und gerichtlichen Unterlagen erfuhren wir alles, was über seinen Fall bekannt war. Dieser Mann, ein Vagabund, Jäger und Trapper, war in den Augen seines primitiven Umfeldes von jeher merkwürdig gewesen. Er hatte gewohnheitsmäßig nachts länger als die anderen geschlafen und sprach nach dem Erwachen oft in so bizarrer Weise von unbekannten Dingen, dass er selbst in den Herzen der einfältigen Landbewohner Furcht erregte. Nicht, dass seine Sprechweise ungewöhnlich gewesen wäre, denn er redete nie anders als in der minderwertigen Mundart seiner Umgebung, doch Tonfall und Tenor seiner Äußerungen waren von so rätselhafter Wildheit, dass niemand ihm ohne Sorge lauschen konnte. Er selbst war im Allgemeinen ebenso angsterfüllt und verwirrt wie seine Zuhörer und binnen einer Stunde nach dem Erwachen hatte er alles Gesagte vergessen oder zumindest alles, was ihn dazu gebracht hatte, es zu sagen. Er fiel dann in die schwerfällige, halbwegs freundliche Normalität der anderen Bergbewohner zurück. Als Slater älter wurde, hat es den Anschein, dass seine morgendlichen Verwirrungen allmählich an Häufigkeit und Heftigkeit zunahmen, bis sich schließlich einen Monat vor seiner Ankunft in der Anstalt die erschütternde Tragödie zutrug, die zu seiner Festnahme durch die Behörden führte. Eines Tages gegen Mittag, nach einem tiefen Schlaf, der auf ein Whisky-Gelage am vorigen Nachmittag gegen fünf Uhr gefolgt war, erwachte der Mann plötzlich mit so grästlichem und unmenschlichem Geheul, dass mehrere Nachbarn in seine Hütte kamen. Ein schmutziger Stall, worin er mit einer Familie hauste, die ebenso unbeschreiblich war wie er. Er war hinaus in den Schneegerand, hatte die Arme hochgerissen und eine Reihe von Luftsprüngen vollführt, während er schreiend sein Vorhaben kundtat, eine große, große Hütte mit hellem Licht in Dach und Wänden und Boden und der komischen Musik weit weg erreichen zu wollen. Als zwei Männer mittlerer Größe ihn zu bändigen versuchten, hat er sich mit wahnsinniger Kraft und Wut zur Wehr gesetzt und von seinem Verlangen und Bedürfnis geschrien, ein gewisses »Ding, das strahlt und zittert und lacht« zu finden und zu töten. Als er schließlich einen seiner Angreifer mit einem plötzlichen Schlag vorübergehend zu Boden geschickt hatte, warf er sich in einem dämonischen Blutrausch auf den anderen und kreischte teuflisch »Er werde hoch in die Luft springen« und sich durch alles hindurch brennen, was sich ihm in den Weg stellte. Familie und Nachbarn flohen nun voller Panik, und als die Mutigsten von ihnen zurückkehrten, Wasleta verschwunden und hatte einen unkenntlichen Brei zurückgelassen, der noch vor einer Stunde ein lebendiger Mann gewesen war. Keiner der Bergbewohner wagte es, ihm nachzusetzen, und es ist wahrscheinlich, dass sie seinen Tod in der Kälte begrüßt hätten, doch als sie einige Tage darauf seine Schreie aus einer entfernten Bergschlucht hörten, wurde ihnen bewusst, dass es ihm irgendwie gelungen war zu überleben und dass auf irgendeine Weise seine Beseitigung not tat. Ein bewaffneter Suchtrupp war losgezogen, dessen Aufgabe, worin auch immer sie ursprünglich bestanden haben mochte, von einem Angebot des Sheriffs übernommen worden war, nachdem einer der unbeliebten berittenen Staatspolizisten die Männer beobachtet, befragt und sich ihnen dann angeschlossen hatte. Am dritten Tag fand man Slater besinnungslos in einem hohlen Baum, und man brachte ihn in das nächste Gefängnis, wo er von Nervenärzten aus Albany untersucht wurde, sobald er wieder bei Bewusstsein war. Ihnen erzählte er eine einfache Geschichte. Er sei, so sagte er, eines Nachmittags nach Sonnenuntergang eingeschlafen, nachdem er große Mengen Schnaps getrunken habe. Er sei mit blutigen Händen im Schnee vor seiner Hütte wieder zu sich gekommen, die zerstückelte Leiche seines Nachbarn Peter Slater zu seinen Füßen. Entsetzt sei er in den Wald gerannt, um dem Anblick dessen, was ein von ihm begangenes Verbrechen sein mußte, zu entfliehen. Darüber hinaus schien er nichts zu wissen, und auch das fachkundige Verhör durch die Ärzte konnte ihm keine weiteren Fakten mehr entlocken. In jener Nacht schlief Slater ruhig, und als er am nächsten Morgen erwachte, konnte nichts Ungewöhnlicheres festgestellt werden als eine gewisse Veränderung seines Gesichtsausdrucks. Dr. Barnard, der seinen Patienten beobachtet hatte, glaubte in den fahlblauen Augen ein gewisses eigenartiges Leuchten und in den schlaffen Lippen eine kaum wahrnehmbare Anspannung zu bemerken, die auf intelligente Entschlossenheit hinzuweisen schienen. Doch als er Slater befragte, fiel dieser in die übliche geistige Lehre der Bergbewohner zurück und wiederholte nur das, was er bereits am Vortag gesagt hatte. Am dritten Morgen ereignete sich der erste Anfall des Mannes. Nachdem er im Schlaf Anzeichen von Unruhe gezeigt hatte, brach er in so heftige Raserei aus, dass die vereinten Kräfte von vier Männern nötig waren, um ihn in eine Zwangsjacke zu schnüren. Die Nervenärzte lauschten seinen Worten mit großer Aufmerksamkeit, da ihre Neugier von den suggestiven, aber einander widersprechenden und zusammenhangslosen Geschichten seiner Familie und Nachbarn in hohem Maße erregt worden war. Slater tobte über eine Viertelstunde lang, stammelte in seinem Hinterwäldler Dialekt von grünen Gebäuden aus Licht, Ozeanen aus Raum, sonderbarer Musik und schattenhaften Bergen und Tälern. Doch am längsten verweilte er bei einem rätselhaften, strahlenden Wesen, das bebte, ihn verlachte und verhöhnte. Dieses gewaltige, undeutliche Wesen schien ihm fürchterliches Unrecht zugefügt zu haben, und es im Triumph der Vergeltung zu töten, schien sein höchstes Verlangen. Um es zu stillen, sagte er, würde er durch Abgründe der Leere fliegen und jedes Hindernis verbrennen, das sich ihm in den Weg stellte. So verlief sein Monolog, bis er abrupt innehielt. Das Feuer des Wahnsinns erlosch in seinen Augen, und in dumpfem Erstaunen sah er die Vernehmenden an und fragte, weshalb er gefesselt sei. Dr. Barnard schnallte die Ledergurte los und brachte sie erst in der Nacht wieder an, als es ihm gelungen war, Slater zu überreden, sie zu seinem eigenen Besten freiwillig umzulegen. Der Mann hatte nun zugegeben, manchmal sonderbare Dinge zu reden, wenngleich er nicht wußte, weshalb. Binnen einer Woche traten zwei weitere Anfälle auf, doch die Ärzte lernten nur wenig aus ihnen. Über die Quelle von Slaters Visionen stellten sie viele Mutmaßungen an, denn da er weder lesen noch schreiben konnte und allem Anschein nach nie eine Sage oder Legende gehört hatte, waren seine grandiosen Wahnvorstellungen gänzlich unerklärbar. Dass sie keinem bekannten Mythos oder Märchen entspringen konnten, wurde besonders durch die Tatsache deutlich gemacht, dass der unglückselige Irre sich nur auf seine eigene schlichte Weise auszudrücken vermochte. Er fantasierte von Dingen, die er nicht begriff und nicht deuten konnte, Dinge, die er erlebt zu haben behauptete, die er aber nicht durch eine normale oder zusammenhängende Erzählung erfahren haben konnte. Die Nervenärzte kamen bald darin überein, dass abnormale Träume die Grundlage der Störungen seien, Träume, deren Lebendigkeit eine Zeit lang völlig den wachen Verstand dieses zurückgebliebenen Mannes zu beherrschen vermochte. Formell wurde Slater wegen Mordes verurteilt, aufgrund geistiger Unzurechnungsfähigkeit für schuldunfähig erklärt und in die Anstalt überwiesen, in der ich einen so bescheidenen Posten innehatte. Ich sagte bereits, dass ich ein beharrlicher Erforscher des Traumlebens bin, und daraus mag man den Eifer ersehen, mit dem ich mich dem Studium des neuen Patienten widmete, sobald ich die Fakten seines Falles zur Gänze ermittelt hatte. Er schien eine gewisse Freundlichkeit an mir zu bemerken, zweifelsohne wegen meines Interesses, das ich nicht verbergen konnte, und der sanften Weise, in der ich ihn befragte. Nicht, dass er mich je während eines seiner Anfälle erkannt hätte, wenn ich atemlos seinen chaotischen, doch kosmischen Wortgemälden lauschte, aber in seinen ruhigen Stunden kannte er mich, wenn er an seinem vergitterten Fenster saß und Körbe aus Stroh und Weideflocht und sich vielleicht noch nach der Freiheit der Berge sehnte, die er nie wieder genießen würde. Seine Familie kam ihn nie besuchen, vermutlich hatten sie ein anderes, zeitweiliges Oberhaupt gefunden, wie es der Art des entarteten Bergvolkes entspricht. Nach und nach verspürte ich ein immer größeres Erstaunen über die aberwitzigen und versponnenen Vorstellungen Joe Slaters. Der Mann selbst war hinsichtlich seiner geistigen Fähigkeiten und seines sprachlichen Ausdrucksvermögens erbärmlich zurückgeblieben, doch seine strahlenden, titanischen Visionen, wenngleich sie in einem barbarischen, wirren Jargon beschrieben wurden, waren ohne Zweifel Dinge, die nur ein hochentwickeltes, wenn nicht gar außergewöhnliches Hirn zu ersinnen vermochte. Wie, so fragte ich mich häufig, konnte die stumpfe Fantasie eines degenerierten Catskill-Bewohners Gesichte heraufbeschwören, deren Vorhandensein allein schon einen verborgenen Funken von Genie verriet? Wie konnte irgendein hinterwälterischer Dummkopf auch nur eine vage Vorstellung jener schimmernden, reiche, göttlichen Glanzes erlangen, von denen Slater in seinem rasenden Delirium schwadronierte? Mehr und mehr neigte ich zu der Ansicht, dass in der erbarmungswürdigen Person, die sich vor mir wand, der gestörte Wesenskern von etwas lag, das mein Begriffsvermögen überstieg, etwas, das das Begriffsvermögen meiner viel erfahreneren, aber weniger fantasievollen, medizinischen und wissenschaftlichen Kollegen unendlich überstieg. Und dennoch konnte ich dem Mann nichts Konkretes entlocken. Die Summe all meiner Untersuchungen ergab, dass Slater in einer Art halbkörperlichem Traumleben durch prachtvolle und wundersame Täler, Wiesen, Gärten, Städte und Paläste aus Licht wanderte oder schwebte in einer grenzenlosen und den Menschen unbekannten Gegend, dass er dort kein Bauer oder degenerierter Bergbewohner war, sondern ein bedeutendes Wesen, das ein intensives Leben führte, sich stolz und herrschaftlich bewegte und einzig von einem Todfeind in Schach gehalten wurde, der eine Kreatur von sichtbarer und zugleich ätherischer Struktur und nicht von menschlicher Gestalt zu sein schien, dass Slater ihn nie als Menschen bezeichnete, sondern immer nur als Ding. Dieses Ding hatte Slater irgendein scheußliches, aber nicht bekanntes Unrecht zugefügt, das der Irre, wenn er denn ein solcher war, zu vergelten wünschte. Aus der Art und Weise, wie Slater sich auf ihre Händel bezog, beleitete ich ab, dass er und das leuchtende Ding sich auf gleicher Ebene getroffen hatten, dass der Mann in seinem Traumdasein selbst ein leuchtendes Ding von derselben Rasse wie sein Feind war. Dieser Eindruck wurde durch seine häufigen Hinweise bekräftigt, er werde durch das All fliegen und alles verbrennen, was sein Fortkommen behindere. Doch wurden diese Vorstellungen mit bäuerlichen Worten formuliert, die zu ihrer Vermittlung gänzlich untauglich waren, ein Umstand, der mich zu dem Schluss führte, dass, wenn es tatsächlich eine Traumwelt gab, die gesprochene Sprache dort nicht das Medium zur Übermittlung von Gedanken war. Konnte es sein, dass die Traumseele, die diesen minderwertigen Leib bewohnte, verzweifelt darum rang, Dinge mitzuteilen, die die schlichte und stockende Sprache der Dummheit nicht zu formulieren vermochte? Konnte es sein, dass ich hier von Angesicht zu Angesicht intellektuellen Emanationen gegenüberstand, die das Rätsel lösen würden? Könnte ich sie nur entdecken und erfassen? Ich erzählte den älteren Ärzten nichts von diesen Dingen, denn die Herren mittleren Alters sind skeptisch, zynisch und nicht geneigt, neue Ideen anzunehmen. Zudem hatte der Leiter der Anstalt mich noch vor kurzem in väterlicher Weise ermahnt, dass ich zu viel arbeitete und mein Geist der Ruhe bedürfe. Es war seit langem schon meine Ansicht, dass menschliches Denken im Wesentlichen aus atomarer oder molekularer Bewegung besteht, die sich in Ätherwellen oder Strahlungsenergie wie Hitze, Licht und Elektrizität umwandeln lässt. Diese Ansicht hatte mich schon früh dazu gebracht, die Möglichkeit der Telepathie oder geistigen Kommunikation vermittels eines geeigneten Apparates in Erwägung zu ziehen und während meines Studiums hatte ich eine Reihe von Sende- und Empfangsinstrumenten gebastelt, die den plumpen Geräten ähnlich waren, die man in jener kruten Zeit vor der Erfindung des Radios zur drahtlosen Telegrafie verwendete. Ich erprobte sie mit einem Kommilitonen, da ich aber keine Ergebnisse erzielte, packte ich sie bald mit anderem wissenschaftlichen Krimskrams für eine eventuelle zukünftige Verwendung weg. In meinem heftigen Verlangen, das Traumleben Joe Slaters auszuloten, holte ich diese Instrumente erneut hervor und brachte mehrere Tage damit zu, sie für den Einsatz wiederherzustellen. Als sie bereit waren, versäumte ich keine Gelegenheit, sie zu erproben. Bei jedem gewalttätigen Anfall Slaters brachte ich den Sender an seiner Stirn und den Empfänger an meiner eigenen an, wobei ich ständig feinste Anpassungen an diverse hypothetische Wellenlängen der Geistesenergie vornahm. Ich hatte kaum eine Vorstellung davon, inwiefern die Gedankeneindrücke, falls sie erfolgreich übertragen wurden, eine intelligente Erwiderung in meinem Gehirn auslösen würden, doch ich war sicher, sie bemerken und deuten zu können. So setzte ich meine Experimente fort, informierte aber niemanden über ihre Natur. Am 21. Februar 1901 geschah es. Wenn ich nun über die Jahre zurückblicke, wird mir bewusst, wie unwirklich es scheint, und zuweilen frage ich mich, ob der alte Dr. Fenton nicht recht damit hatte, alles meiner erregten Fantasie zuzuschreiben. Ich erinnere mich, dass er mir mit großer Güte und Geduld lauschte, als ich es ihm schilderte, doch danach verabreichte er mir ein Nervenpulver und verordnete den halbjährigen Urlaub, den ich in der folgenden Woche antrat. In jener schicksalhaften Nacht war ich heftig erregt und verwirrt, denn trotz der ausgezeichneten Pflege, die wir ihm angedeihen ließen, lag Joe Slater unwillkürlich im Sterben. Vielleicht war es die Freiheit seiner Berge, die ihm fehlte, oder der Tumult in seinem Hirn war zu viel für seinen recht trägen Körper geworden, jedenfalls flackerte die Lebensflamme nur noch schwach in diesem degenerierten Körper. Gegen Ende wurde er müde, und bei Anbruch der Dunkelheit fiel er in unruhigen Schlaf. Ich schnallte ihm nicht die Zwangssacke um, wie es sonst üblich war, wenn er stief, da ich sah, dass er zu schwach war, um eine Gefahr darzustellen, selbst wenn er vor seinem Ableben noch einmal in geistigem Aufruhr erwachen sollte, doch an seinem und meinem Kopf befestigte ich die beiden Bestandteile meines kosmischen Radios und hoffte in der kurzen verbleibenden Zeit gegen jede Vernunft auf eine erste und letzte Botschaft aus der Traumwelt. Bei uns in der Zelle war ein Krankenpfleger, ein mittelmäßiger Bursche, der den Sinn und Zweck des Apparates nicht verstand und auch nicht auf den Gedanken kam, meine Handlungen zu hinterfragen. Als die Stunden verrannen, sah ich seinen Kopf unbeholfen im Schlaf herabhängen, doch ich störte ihn nicht. Ich selbst, eingelullt vom rhythmischen Atmen eines gesunden und eines sterbenden Mannes, muss kurze Zeit darauf eingenickt sein. Mich weckte der Klang einer unheimlich lyrischen Melodie, Akkorde, Schwingungen und harmonische Ekstasen halten leidenschaftlich von allen Seiten her, während sich vor meinem entzückten Auge das erstaunliche Spektakel ultimativer Schönheit entfaltete, Wände, Säulen und Achitrafe aus lebendigem Feuer, flammten strahlend um die Stelle, wo ich in der Luft zu schweben schien und wuchsen zu einem unendlich hohen Dom von unbeschreiblicher Pracht empor. Diese Darstellung palastartiger Großartigkeit vermischte sich zuweilen oder er wurde durch sie ersetzt, mit in kaleidoskopischer Rotation befindlichen flüchtigen Eindrücken weiter Ebenen und anmodiger Täler, hoher Berge und einladender Grotten, ausgestattet mit allen liebreizenden Attributen einer Landschaft, die meine entzückten Augen sich auszumalen vermochten, doch bestanden sie zur Gänse aus einer glühenden ätherischen Masse, die sich gleichermaßen aus Geist und aus Materie zusammensetzte. Als ich hinsah, bemerkte ich, dass mein Gehirn den Schlüssel zu diesen bezaubernden Metamorphosen enthielt, denn jeder Anblick, der sich mir bot, war gerade derjenige, den mein wechselhafter Geist am meisten zu sehen begehrte. In diesem elysischen Reich wohnte ich nicht als Fremder, denn jeder Anblick und jedes Geräusch waren mir vertraut, so war es unzählige Äonen der Ewigkeit zuvor gewesen und so würde es in ebenso vielen zukünftigen Ewigkeiten sein. Dann näherte sich die strahlende Aura meines Lichtbruders und hielt Zwiesprache mit mir von Seele zu Seele in stummem und vollkommenem Austausch der Gedanken. Es war die Stunde des nahenden Triumphes, denn würde mein Mitgeschöpf nicht endlich einer erniedrigenden, regelmäßig wiederkehrenden Knechtschaft entrinnen, auf ewig entrinnen und sich darauf vorbereiten, den verfluchten Tyrannen bis in die entlegensten Gefilde des Äthers zu verfolgen, auf das ihn eine flammende kosmische Rache treffen möge, die die Sphären erschütterte? So schwebten wir kurze Zeit dahin, als ich ein leichtes Verschwimmen und Verblassen der Dinge um uns herum bemerkte, als würde irgendeine Macht mich zur Erde zurückrufen, wohin ich am wenigsten wollte. Auch die Gestalt neben mir schien eine Veränderung zu spüren, denn sie brachte ihre Unterhaltung allmählich zum Abschluss und bereitete sich darauf vor, den Schauplatz zu verlassen und aus meinem Blickfeld zu verschwinden, wobei sie weniger rasch verblasste, als die übrigen Gegenstände. Ein paar weitere Gedanken wurden noch ausgetauscht und ich wusste, dass der Leuchtende und ich in die Knechtschaft zurückgerufen wurden, obgleich es für meinen Lichtbruder das letzte Mal sein würde, da die kümmerliche Erdenhülle nahezu aufgezehrt war, würde mein Gefährte in weniger als einer Stunde frei sein, um den Tyrannen zu verfolgen, die Milchstraße entlang und über die diesseitigen Sterne hinaus bis zu den äußersten Grenzen der Unendlichkeit. Ein deutlich spürbarer Schock trennt meinen letzten Eindruck der verblassenden Lichtszenerie von meinem plötzlichen und recht verschämten Erwachen auf meinem Stuhl, als ich sah, wie die sterbende Gestalt auf der Liege sich zögernd regte. Joe Slater erwachte tatsächlich, ob schon es wohl zum letzten Male war. Als ich genauer hinblickte, sah ich auf den fahlen Wangen Farbflecken leuchten, die dort nie zuvor gewesen waren. Auch die Lippen erschienen mir ungewöhnlich, sie waren eng aufeinander gepresst wie von der Kraft eines stärkeren Charakters als dem Slaters. Schließlich spannte sich das ganze Gesicht an, und der Kopf rollte mit geschlossenen Augen rastlos hin und her. Ich weckte den schlafenden Krankenpfleger nicht, sondern rückte das leicht verrutschte Kopfband meines telepathischen Radios wieder zurecht, da ich darauf aus war, jede Abschiedsbotschaft zu empfangen, die der Träumer vielleicht ausrichten mochte. Zugleich drehte der Kopf sich ruckartig in meine Richtung, und die Augen öffneten sich, so daß ich in schierem Erstaunen das anstarren mußte, was ich mir nun darbot. Der Mann, der zuvor Joe Slater, der dekadente Catskill-Bewohner gewesen war, blickte mich aus einem Paar leuchtender geweiteter Augen an, deren Blau sich subtil vertieft zu haben schien, weder Wahn noch Entartung waren in diesem Blick erkennbar, und ich spürte ohne jeden Zweifel, daß ich in ein Antlitz blickte, hinter dem ein reger Geist hohen Ranges ruhte. In diesem Augenblick wurde mein Gehirn sich eines steten äußeren Einflusses bewusst, ich schloss die Augen, um meine Gedanken besser konzentrieren zu können, und wurde mit der eindeutigen Erkenntnis belohnt, daß meine lang ersehnte mentale Botschaft endlich eingetroffen war. Jeder übermittelte Gedanke formte sich rasch in meinem Geist, und ob schon dabei keine wirkliche Sprache verwendet wurde, erwies sich meine gewohnte Gabe, Vorstellung und Ausdruck miteinander zu verknüpfen, als so vorzüglich, daß ich die Botschaft in normalem Englisch zu empfangen schien. »Joe Slater ist tot,« kam die seelenversteinerte Stimme einer Kraft von jenseits der Mauer des Schlafes. Meine geöffneten Augen suchten das Schmerzenslager in neugierigem Entsetzen, doch die blauen Augen blickten mich noch immer ruhig an, das Antez war noch immer von reger Intelligenz beseelt. Es ist besser, daß er tot ist, denn er war nicht fähig, den tätigen Geist einer kosmischen Wesenheit zu tragen. Sein plumper Körper konnte sich nicht den notwendigen Anpassungen zwischen ätherischem und irdischem Leben unterziehen. Er war zu sehr Tier und zu wenig Mensch, doch gerade durch seine Mängel hast du mich entdeckt, denn die kosmischen und irdischen Seelen sollten einander eigentlich nie begegnen. Er befand sich 42 Eurer Erdenjahre in meiner Martha und meinem täglichen wiederkehrenden Gefängnis. Ich bin ein Wesen gleich jenem, zu dem du selbst in der Freiheit des traumlosen Schlafes wirst. Ich bin dein Lichtbruder und schwebe mit dir durch die strahlenden Täler. Es ist mir nicht gestattet, deinem wachen Erden-Ich von meinem wahren Ich zu erzählen, doch wir alle sind Wanderer gewaltiger Weltenräume und Reisende in vielen Zeitaltern. Nächstes Jahr mag ich in dem Ägypten leben, das ihr das Alte nennt, oder in dem grausamen Reich des Tschern-Tschan, das erst in 3000 Jahren kommen wird. Du und ich, wir trieben zu den Welten, die um den roten Arcturus Mond des Jupiter kriechen. Wie wenig weiß das Erden-Ich von dem Leben und seinem Ausmaß, wie wenig sollt es in der Tat wissen, um seine eigenen Seelenruhe willen. Von dem Tyrannen vermag ich nicht zu sprechen, ihr habt auf Erden unbewusst seine ferne Anwesenheit gespürt, ihr, die ihr unwissend und eitel dem blinkenden Signalfeuer den Namen Argol, der Dämonenstern verliehen habt, seit Äonen schon strebe ich vergebens danach, den Tyrannen aufzuspüren und zu besiegen, wurde von körperlichen Hindernissen zurückgehalten. Heute Nacht wandle ich als Nemesis und bringe wohlverdiente und flammende welterschütternde Rache. Halte Ausschau nach mir, am Himmel, nahe dem Dämonenstern. Ich kann nicht länger sprechen, denn der Körper von Joe Slater wird kalt und starr und die groben Gehirnzellen schwingen nicht mehr, so wie ich es wünsche. Du bist mir auf diesem Planeten der einzige Freund gewesen, die einzige Seele, Gestalt, die auf diesem Lager liegt, spürte und suchte. Wir werden einander wieder begegnen, vielleicht in den Leuchten der Nebeln vom Schwerte Orions, vielleicht auf einer kalten Hochebenen Asien der Vorgeschichte, vielleicht heute Nacht in Träumen, die bald schon vergessen sind, vielleicht in andere Gestalt in einem Äon, wenn das Sonnensystem hinfort gefegt sein wird. An dieser Stelle brachen die Gedankenwellen mit einem Schlag ab, und die fahlen Augen des Träumers, oder kann ich sagen, des Toten, wurden glasig. Halb betäubt eilte ich zur Liege und ertastete sein Handgelenk, doch ich fand es kalt, steif und ohne Pulsschlag. Die Wangen erbleichten wieder und die dicken Lippen öffneten sich und enthüllten die ekelhaft verfaulten Schneidezähne des degenerierten Joe Slater. Ich erschauderte, zog eine Decke über das scheußliche Gesicht und weckte den Krankenpfleger auf. Dann verließ ich die Zelle und ging schweigend auf mein Zimmer. Ich verspürte ein dringendes und unerklärliches Verlangen nach einem Schlaf, an dessen Träume ich mich nicht erinnern würde. Der Höhepunkt? Welcher schlichte wissenschaftliche Bericht kann sich eines solchen rhetorischen Effektes rühmen? Ich habe lediglich gewisse Dinge niedergeschrieben, die ich für Tatsachen halte. Ich überlasse es Ihnen, sie nach Belieben auszulegen. Wie ich bereits zugegeben habe, bestreitet mein Vorgesetzter, der alte Dr. Fenton, die Realität von allem, was ich berichtet habe. Er schwört, ich sei unter der nervlichen Belastung zusammengebrochen und hätte den langen bezahlten Urlaub dringend benötigt, den er mir so großzügig zugestand. Er versichert mir bei seiner Berufsehre, dass Joe Slater nichts weiter als ein minderwertiger Paranoiker gewesen sei, dessen fantastische Vorstellungen sich aus den kruden überlieferten Volkssagen ableiten müssten, die selbst in den entartetsten Gemeinden noch im Umlauf Doch ich kann nicht vergessen, was ich in der Nacht nach Slaters Tod am Himmel sah. Damit sie mich nicht für einen voreingenommenen Zeugen halten, muss eine andere Feder das letzte Zeugnis hinzufügen, das vielleicht den Höhepunkt bietet, den sie erwarten. Ich werde den folgenden Bericht über den Sternenhofer Perseille wortwörtlich aus den Schriften der bedeutendsten astronomischen Autorität Prof. Garrett P. Service Zitieren Am 22. Februar 1901 wurde von Dr. Anderson aus Edinburgh unweit von Algol ein wundervoller neuer Stern entdeckt. An dieser Stelle war zuvor kein Stern sichtbar gewesen. Binnen 24 Stunden leuchtete der Neuling so hell auf, dass er die Kapella überstrahlte. Nach einer oder zwei Wochen war er sichtlich verblasst und im Verlauf weniger Monate mit bloßem Auge kaum mehr auszumachen.